Wir sind wieder da. By trying und machen jetzt weiter mit ein paar kleinen Sidequests. Ein einsamer Tag. Warum war hier noch kein Amadeus? Unbestimmt. Das ist nicht mehr viel. Es gibt ja 10 Nebenquests, wir haben erst 3 gemacht. Ich hab noch immer keinen Weg nach oben zu Amadeus und Soja gefunden. Sieht nach einer verlassenen Mine aus. Das heißt, es muss auch einen verlassenen Eingang geben. Geht's runter? Da geht's runter. Achso. Was war das? Achso, das Feuer. Das Feuer, schon wieder. Ja. Ein Stück. Jetzt bin ich dort. Jetzt wird stürmst du. Ich habe ein Nidawa gefangen. Es ist schwierig zu sehen, wer hier wer ist. Und wie soll das bitte schön gehen? Klar, kannst du dich dran halten, was du denn? Das ist jetzt wie wenn der Tag lang ist. Okay. Ich helfe das auch nochmal schon. Aha, ich denke noch den Papierkopf kaputt. Das hab ich eingesammelt. Gut. Du darfst hier beitermachen. Ich warte da hinten mal. Ich glaube, das war's. Sieg das mal noch ein Stück. Gleich. Ich warte erstmal noch den. Zumal, um die. Ach, da oben, so raus. Ja, da oben links. Ich frage jetzt mal, wie es euch da hinkommt. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, das hab ich nicht richtig gesehen. Ich finde den Ausgang nur, wenn ich auch danach suche. Also, gehen wir's an. Nein, da ist irgendwie auch nichts mehr. Da ist irgendwie auch nichts. Wie soll man das da rüberkriegen? Wie soll man das da rüberkriegen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. gehst du hin? Ich konnte die Ebene nicht mehr richtig dulden. Überall sonst ist tot. Hatten wir jetzt alles? Das konnte man doch hier nochmal anzeigen. Wo ist da das Problem? Gut, wenn sich jetzt die Flagge erinnert, dann haben wir es auch geschafft. Was für eine Flagge? Neben den Dingen steht immer da, was da jetzt leuchtet. Dass die jetzt so ist, das ist glaube ich schon... Genau. Auch das nächste Mini. Mini, Mini. Warte, wir machen erst mal die hier. Aber doch. Weil ich das sage. So, ja, schon wieder. Das wehtut. Wie hast du dir die Haut so verbrannt? Verbrannt. Ein gemeiner Spritzer. Ist noch nicht lange her. Von wem? Das erfahrt ihr. In der ab 18. Folge. Der Smaragd ist ganz nah. Ich kann ihn riechen. Oh, da geht's schon mal rum. Oh, da geht's runter. Ah, hier geht's. Dieses Wasser sieht nicht gesund aus. Aha. Wie ist das? Was ist das da? Du kannst dir das nicht leisten. Ja, genau. Welche Taste ist die zum... Y. Gut. Nachdem das Ding wackelt. Dein neues Lieblingsfreund. Die Fackel. Dein neuer Lieblingsfreund. Das war früher mal wie, oder? Wieso hängst du dich da auch dran? Ich dachte... Ja, ich dachte nicht, dass es runter geht. Das andere ging doch auch runter hier. Y. Ja, das hab ich dreimal gedrückt. Einmal... Nimm... Dass ich aber auch sofort tot ist in der Soße. Ah! Es ist heute nicht so mein Tag, irgendwie habe ich das Gefühl. Dein Ding ist zu lang. Ja, das habe ich schon öfter gemacht. Oh, von wem? So, jetzt lass mich das bitte erstmal machen, ja? Wunderbar. So, jetzt ist dein Part, sich da hochzuschwingen. So. Du bist die in dem Weißen. Und da hochzugehen. Gut, schaffen wir das hier zu zweit, ja? Scheiße. Was hast du hier? Hier ist nichts. Wah, das Problem ist, hier ist auch nichts. Doch, doch, irgendwas. Kannst du ziehen. Wie? An dem Dachau. Oder an dem Dachau. Jetzt hat einer runtergekommen. Ja, warum zieht die nicht? Achso. Du fängst da auch dran. Und was ist das los? Mit B. So, wie komme ich jetzt da hoch? Lass erstmal das selbe durch B los. Jetzt gehst du auf das Ding und springst da hoch. Das ist mir doch noch nicht für das Ding hier vorne. Jetzt hüpfe erstmal nach oben. So, mehr irgendwo? Nee, hier ist noch. Gut. Und da hinten vertickt sich auch eins. Mhm. So weiter machen mag ich. Wie zählst du? Mit. Achso, einfach nur. Oh, hier ist nichts. Wenn du das jetzt hier auf einer Erhöhung bist. Wo hängst du denn jetzt dran? Juhu. Warum ist mir nicht ganz so klar, wo es weiter geht eigentlich? Nein, da hinten. Das ist mir schon klar. Ich glaube, rechts geht es weiter, ja. Nein, da hinten geht es weiter. Nicht hochgehen, nicht in die Suppe springen. Du überlegst dir da was. Ah, und das muss runter, damit es da drüben weiter geht, okay. Ich könnte es eventuell rechts haben. Das ist viel zu einfach. Was machst du denn? Ist er hoch? Gut, dann haben wir uns mal das hier. Ist das da? Ne, das ist noch nicht. Das ist wirklich das komische. Leuchtende Ehe. Und das da? Das Aume. Da lebt nicht mehr Aume. Warte, da hinten war das. Geh so, da mal hoch da. Bin ich da schneller. Ähm, ach so, die Plattformen hier da rüber kriegen wir jetzt nicht mehr, ne? Ding. Muss halt ein bisschen höher. Guck, so. Jetzt kann man nach der drüben. Ach so, das muss unten bleiben. Ach so. Das ist eigentlich hier zum Verknüpfen gedacht. Ja. Ja. Hm. Greif. Ich häng mich immer da unten an, der ist. Du auch, übrigens. Ach so. Ja, ja. Das ist mir schon. So, wie machst du das jetzt fest? Nochmal mit Tübseln, aber. Hm. Du sollst mal Bier trüben, ich hängst mir mich. So. Hammer's. Gerade so. Ach, der Smaragd ist nicht hier. Vielleicht gibt es in der Nähe andere Hinweise. Das waren alle. Mit Soja kann man auch Ziele ansehen. Endlich. Die Astral-Akademie steckt voller Gefahren. Was in erster Linie mein Verdienst ist. Verdienst? Nö, Nö, Nö. Kirsten. Wie kommt der Kirsten vor? Ja. So. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ah. Die Astral-Akademie steckt voller Gefahren, was in erster Linie mein Verdienst ist. Stampfen. Ja, das Grundprinzip ist mir klar, was man machen soll. Ich muss nur die richtigen Tasten erfüllen. Wo bist du? Da. Ach so, ich muss sie jetzt vorstecken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, dann kommen hier bestimmt auch gleich welche. Ja, in die Richtung werfen wir damit. Also XYG. Hm. Boah. Boah. Das war auch einfach. Ja, wenn man es kann. Wenn man es kann, ist es einfach. Genau. So, dann machen wir noch die. War wieder am Ende. Ja. Während wir hier warten, werde ich mal ein kleines Nickerchen machen. Weck mich auf, wenn etwas Interessantes passiert. Wachen wir. Der Keller der Astralakademie. Ich bin hier, um etwas zu finden, oder? Sie lassen mich nie zu Ende studieren, wenn ich es nicht finde. Was willst du mit dem Kopf? Das ist denn hier nicht so. Oh, du hast die Dürfen gerastet in den... ...denken drin. Und er bewegt sich. Siehst du das? Oh. Mini-Trap. Jetzt fliegt weg. Jetzt ist er schon wieder tot. Noch nicht. Was tust du? Oh, das war irgendwas. Was tust du? Gleich sterben. Okay. Okay, aber prinzipiell, ja, wenn wir das... Nee, komm mal runter von dem Ding. Du machst das schon. Mhm. Mhm. Lass mich das, also ich spring da drauf. Gut, da rumst du mich nicht so noch. Ja, aber da oben, oder? Ja, das sieht auch noch aus wie eine Lampe. Ah. Willst du das? Ja. Dann müssen wir das hier wohl auch machen. Nicht so weit weg. Mit ZL kannst du's besser machen. Ja. Was mit ZL? Ja. Oder mit Y? Ja, mit ZL. Ja genau, mit ZL kannst du. Du musst doch hier hauptsächlich springen. Du willst hoch. Ja, du willst doch auch da hoch. Also. Dann musst du auch die Gäste machen. Dann kann ich's mir überhaupt da drüben lassen. Nichts das da drüben mehr. Ja. Das war so. So. Dann brauchen wir noch mal Kirsten. Ich dreidimensionale Dinge, achte. Das ist los jetzt. Achso, du bist das da unten? Ja. Jetzt hör doch mal auf, dich da festzuhalten, Mensch. Oh, ich hab's vorgemacht. Noch nicht. Jetzt. Noch nicht. Wieso geht er nicht da rein? Also ich bin da irgendwo verpackt, aber dann geht's weiter. Ich gehe erstmal nach rechts genau. Stell dich da drauf. Der Herr. Spring, der Heft. Falls ich dir helfe, so sag Bescheid. Ach, ich fühl mich heute so verarscht. Wenn du in die Suppe hüpfst, ist aber was los. Ich hatte den Keller nicht so feindseelig in Erinnerung. Was ist denn? Ja. Komm, 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 komm. Ich habe ihn. Was machst du denn mit dem Ding? In-Version, nicht so ganz genau, aber ich glaube, jetzt ist das zumindest nicht ganz weg. Na, du kannst deine Kugel anfassen. Hast du die oder hab ich die? Oh, du hast die, ich drück nichts. Oh, da kannst du rechts da die Mauer. Guck, ob man mit. Oh, no. Ist das? Ist das? Ja. Ja. Ich werde nie zu Ende studieren. Ich werde nie ein Zauberer. Ich glaube, hier ist es. Ich werde es finden. Moment mal, ich bin ein Zauberer. Das ist nur ein Traum. Er träumt und wir haben alles gefunden. Das ist doch ein schöner Abschluss dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten geht es dann wieder mit Story weiter. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.